Genau, ABAP Development Tools, ein paar nützliche, aber versteckte Features. Ich habe da ein ganz ähnliches Thema, rein aus Versehen, wie einige andere heute. Ich fange mal an mit ein paar Folien, wobei ich das meiste natürlich auch live zeigen möchte. Erstmal ganz kurz, ich selber, ihr habt es ja schon gesagt, ich habe mal ein Buch geschrieben über SQL Script und seitdem bin ich vor allen Dingen als Trainer und Berater unterwegs, bin selbstständig seit ein paar Jahren. Und ja, genau, das bringt mich auch so ein bisschen zu dieser Session, weil ich bei den ABAP Development Tools, ja, die sind mittlerweile Pflichtprogramm für das, was ich mache. In meinen Trainings geht es immer ganz, ganz viel um Transformationsroutinen, um ABAP, wie heißt das, AMDP ist die ABAP Managed Database Procedures und die haben ein Problem, die kann ich nur in Eclipse entwickeln. Da geht SE80 nicht mehr, SAP GUI ist raus. Und das ist für die Kunden, die Teilnehmer in Schulungen, die ich habe, meistens relativ erschütternd, weil das sind nämlich typischerweise BW-Entwickler, das sind keine Vollzeit-Entwickler, sondern Leute, die wenig oder gelegentlich entwickeln und sich dann natürlich auch nicht so tief reingefräst haben in die neuesten Tools. Und da habe ich immer die Schwierigkeit, am Anfang muss ich die begeistern von den ABAP Development Tools. Weil ihr kennt das, wenn man von irgendwas begeistert ist, dann lernt man das gerne, dann guckt man sich das gerne an. Aber wenn es aber nur heißt, hey, da werdet ihr gezwungen, ihr müsst das jetzt, dann hast du doch gleich keinen Bock mehr. Und dann kommt meistens so eine halbe Stunde Werbeaktion für ABAP Development Tools. Und das ist im Prinzip das, woraus auch diese Session hier entstanden ist. Ein bisschen weniger mit dem Fokus auf den AMDPs und dem SQL-Skript, mehr Richtung ABAP. Aber das ist auf jeden Fall so voll mit großartigen Features. Es ist definitiv die bessere Entwicklungsumgebung als die SAP GUI, auch wenn es vielleicht manche Macken hat. Das ist so ein bisschen wie ABAP. Über ABAP wurde heute auch schon öfters gesagt. Das ist eigentlich ganz, ganz wichtig und großartig, hat aber ein paar Mängel. Ist immer so. Das Schlimme bei den ABAP Development Tools ist, das ist gewöhnungsbedürftig. Das ist nichts für Gelegenheitsprogrammierer, sondern da muss man, die guten Features, die sind versteckt. Die findet man nicht auf Anhieb. Und meine wichtigsten Verstecke für diese Features, die habe ich mal hier aufgezeigt. Das ist zum einen, dass diese Preferences, Sekunde, das sind hier die Preferences. Und wenn man sich das mal anschaut, wie hier dieser Navigationsbaum ist, dann sieht man, da findest du nichts. Das ist eine Katastrophe. Das ist wirklich ein Profi-Tool. Da muss man genau wissen, was man macht. Da muss man die Features kennen, bevor man sie überhaupt suchen kann. Und das will ich in dieser Session so ein bisschen machen, euch ein paar tolle Sachen zeigen. Das ist übrigens, da ist auch schon einiges vom Thomas natürlich genannt worden. Die Überlappung ist, ja, ist groß. Ich hoffe, dass ich von den Features, die wir doppelt zeigen, dann vielleicht noch ein paar andere Aspekte zeigen kann. Hier bei den Preferences ganz wichtig, da gibt es ein Suchfeld. Wenn ihr wisst, da gibt es ein Feature zum Beispiel wie Templates, dann kann man hier suchen. Das funktioniert tiptop. Damit macht man es sich leichter. Das andere Versteck für gute Features, das sind hier diese Kontextmenüs. Und dort, typischerweise dann in der zweiten Ebene, findet man die Dinge, die man wirklich braucht, die auch wirklich einen ganz großen Unterschied zu einer SAP GUI machen. Das will ich aber auch gleich live zeigen. Dann ein wichtiger Punkt für Umsteiger von SAP GUI zu den ABAP Development Tools sind Tastenkombinationen. Wenn ihr in der SAP GUI Tastenkombinationen kennengelernt habt, aktivieren, Steuerung F3 zum Beispiel, dann könnt ihr diese Tastenkombinationen fast alle eins zu eins in Eclipse, in den ABAP Development Tools auch benutzen. Dann habt ihr es sehr leicht. Ich habe die deshalb auch immer in den Folien hervorgehoben. Man kann auch umgekehrt sagen, wenn ihr die Tastenkombinationen jetzt in Eclipse lernt, funktionieren die häufig auch in SAP GUI. So, dann will ich ja heute nicht nur Folien zeigen, sondern ich will auch ein Beispiel live am System zeigen. Quellcode, das würde auch vielleicht passen zum anderen Track, Clean Code. Da will ich ein kleines Refactoring durchführen, ein bisschen aufräumen. Ich habe dem letzten Mal einem Auszubildenden eine Aufgabe gegeben. Der sollte den Merge-Sort-Algorithmus implementieren. Und wer ihn nicht kennt, das ist ein ganz einfacher Sortier-Algorithmus. Der sortiert eine Liste rekursiv. Der sagt, wenn die Liste die Länge 1 hat oder kleiner, dann bin ich fertig mit Sortieren. Ist sie größer als, hat sie mehr als zwei Elemente, ist der erste Schritt. Ich halbiere die Liste in linke Liste, rechte Liste. Dann sortiere ich die linken und die rechten separat. Und das Ergebnis ist dieses Abmischen, das Mergen von links und rechts. Und zwei sortierte Listen abzumischen, kann ich in linearer Zeit. Und deshalb ist dieser Merge-Sort-Algorithmus relativ schnell. Okay. Und der Ausgangscode, mit dem wir jetzt hier gleich anfangen, das ist Spaghetti-Code. Einfach mal runtergeschrieben. Der ist nicht formatiert. Der ist von den Begrifflichkeiten nicht sauber. Der hat überflüssige Variablen. Dann könnte man auch sagen, zum Beispiel hier das Sortieren. Das ist der Anfang, den man hier oben sieht. Das Sortieren, das sollte man ja vielleicht saubererweise auch mal in den Interface auslagern. Und bei diesen ganzen Aufgaben hilft uns Eclipse, beziehungsweise die ABAP-Development-Tools. Und dann gehe ich jetzt mal rüber ins System. Und hier haben wir diese wunderbare Klasse, Merge-Sort. Ich weiß, es gibt auch einen Sort-Befehl im ABAP. Also es ist nicht unbedingt nötig, das so zu machen. Aber als Programmierübung sind die Sortier-Algorithmen einfach großartig. Diese Klasse, ich will sie vielleicht mal ganz kurz vorstellen. Die hat eine Methode. Vorhin haben wir hier gesehen, gibt es die Outline hier links. Das hat der Thomas ja vorhin schön gezeigt. Diese Outline ist bisher hier ziemlich trist. Besteht aus einer Methode und einem Datentyp, der definiert wurde. Das ist ziemlich dünn. Und das alles, was hier passiert, passiert hier in dieser einen Methode. Das können wir besser. Die erste Aktion, die ich hier machen will, ist das Interface. Das Sortieren ist eine Funktion, die kann man auch anders implementieren. Merge-Sort, Bubble-Sort, Gnome-Sort, Quick-Sort. Gibt es 100 Algorithmen. Das ist nur einer davon. Also bietet sich das an, erstmal das Sortieren in ein Interface auszulagern. Die Schnittstelle nach außen. Das ist jetzt leer. Und das ändere ich mal, indem ich dieses Interface hier mit einbinde. Interfaces. Zack. Man hat auch gesehen, der hat mir hier schön vorgeschlagen. Wie heißt das? Quick, nicht Quick-Fixes. Code-Completion hat mir direkt die Buchstaben vorgeschlagen. Als ich Int geschrieben habe, habe ich nur noch Tab drücken müssen. Hat Thomas vorhin auch schon gesagt, hier kann man unglaublich schnell programmieren, weil das System einem alles vorschlägt. So. Und jetzt möchte ich diese beiden Dinge, den Typ und die Methode, in das Interface hochschieben. Und da kommt jetzt ein Feature, was ihr vorhin auch schon gesehen habt. Die sogenannten Quick-Fixes. Da kann ich direkt sagen, hey, pull up Tabellentyp to the Interface. Klicke ich drauf und weg ist es. Das System hat es einfach gemacht. Und jetzt gucken wir hier rüber. Und jetzt ist dieser Tabellentyp, diese Typdefinition nach oben gewandert in das Interface. Und das mache ich jetzt hier mit der Methodendefinition ebenfalls. Pull up sort to Interface, EF sort. Mach einfach. Fertig. Und jetzt kann ich das Ganze aktivieren. Natürlich muss ich hier wieder an der richtigen Reihenfolge aktivieren. Ich aktiviere hier erst meine Klasse. Und dann aktiviere ich andersrum mein Interface und dann meine Klasse. Ich hätte hier aber auch auf diese drei Aktivieren-Button klicken können. Damit kann ich alle inaktiven Dinge gleichzeitig aktivieren. Sehr praktisch. Kennt man auch von der Subgui. Da muss man, glaube ich, F9 drücken, wenn man dann diese Liste hat mit den inaktiven Objekten. So, das war das erste Refactoring. Alle Sachen, die ich jetzt live am System zeige, habe ich auch nochmal auf den Folien. Weil hinterher will man sich ja wahrscheinlich nicht nochmal komplett das Video angucken, wenn einem da so ein einzelner Punkt fehlt. Deshalb habe ich die Sachen auch nochmal hier auf Folien gepackt. Und auf den Folien, wie angekündigt, sind die Tastenkombinationen immer hervorgehoben, dass man das wirklich direkt aus dem Kontext machen kann. Das nächste, was wir machen wollen, ist ein bisschen aufräumen. Pretty Printer. Der Pretty Printer hat die gleiche Tastenkombination wie in der Subgui. Wir finden den aber auch wieder hier im Source-Code-Menü. Formatieren. Shift F1. Drücke ich drauf. Speichere ich ab. Nächster Schritt. Sieht das Ganze sauber aus. Dann Delete Unused Variables. Einer meiner Favoriten. Also immer, wenn ich in neuen Quellcode komme, ist das das erste. Pretty Printer und dann Unused Variables rausschmeißen. Das macht der wirklich großartig. Ihr kennt auch diese, ich glaube, es ist nur eine Warnung vom Code-Inspektor, dass da unbenutzte Variablen drin sind. Das kann man einfach immer mal wieder machen. Finden wir ebenfalls hier Delete Unused Variables All. Sehr praktisch. Da muss ich gar nicht lange suchen. Dann hat mein Quellcode noch ein weiteres Problem. Ich habe ein Konzept, nämlich linke Tabelle, rechte Tabelle vom Splitten. Und die benenne ich einmal mit links, rechts, einmal mit 1, 2. Das ist natürlich nicht besonders sauber. Da kommt jetzt das Rename, das Umbenennen. Das hatten wir eben auch schon mal gesehen. Das kann ich hier lokal machen, umbenennen. Das kann ich aber auch global. Ich kann hier Klassen umbenennen. Das macht mal jemand in der SAP GUI. Eine Klasse umzubenennen. Das funktioniert überhaupt nicht und gibt nur Chaos beim Aktivieren. Hier in den ABAP Development Tools werden alle Referenzen, alle statischen Referenzen automatisch umbenannt. Und auch von Klassen, die ich gerade nicht offen habe. Das ist super praktisch. So, P1 ist jetzt vielleicht der Pointer Left, weil ich später für das Mergen diesen Pointer brauche. Beim Rename oder auch bei diesen ganzen Refactoring Tools kriege ich auch immer eine Vorschau gezeigt. Was möchte der jetzt hier wirklich tun? Ich mache das mal ein bisschen größer. Dann sehen wir auch, wo wird was verändert? Wo wird das umbenannt? Gerade wenn ich Variablen umbenenne, besteht oft die Gefahr, dass die vielleicht auch in zweierlei Ecken unterschiedlich verwendet werden. Das ist natürlich nicht gut. Aber beim Umbenennen sollte ich das berücksichtigen, dass ich die vielleicht dann auch splitte. So, Pointer Left und P2 wird zum Pointer Right. Rename. Pointer Right. Da drücke ich direkt auf Finish und dann ist das erledigt. Damit sind meine groben Aufräumarbeiten schon mal fertig. Ich habe jetzt nur noch eine halbwegs saubere Methode mit Spaghetti Code. Man kann auch mit Suchen und Ersetzen arbeiten. Das zeige ich später nochmal. Manchmal ist das noch praktischer. Zum Beispiel, wenn man hier diese ganzen Präfixe vorneweg haben möchte. LV unter Strich oder LT unter Strich. Es gibt ja Leute, die sagen, das wäre nicht so schön. In den meisten Projekten, in denen ich bin, muss ich das leider benutzen. So, zurück zu unserem Algorithmus. Den wollen wir jetzt noch ein bisschen aufräumen. Wir haben hier fünf Punkte. Die habe ich mal daneben geschrieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und die möchte ich eigentlich so im Code haben, in meiner Methode Sort. Und nichts sonst. Das heißt, alles, was mehr als eine Zeile ist, möchte ich auslagern in eine Methode. Und das kriegen wir hier auch in Eclipse wunderbar unterstützt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier diesen Schritt des Splitten meines Paketes. Ich habe hier oben, wenn ich mehr als eine, also wenn ich weniger oder gleich eine Zeile habe, bin ich fertig. Dann kommt jetzt hier unten, wenn nicht, dann splitte ich in zwei, in die linke und die rechte Tabelle. Und das kann ich ganz einfach in eine Methode auslagern, indem ich es markiere und sage, wieder über den Kontextmenü, Extract Method. Damit gibt es hier einen Assistenten. Der wird aufgerufen. Der übernimmt den Methodennamen aus dem Kommentar, der in der ersten Zeile steht. Der übernimmt die Typen hier. IT, ET, ET macht das, macht das alles sehr sauber. Bezieht sich aufs Interface. Schlägt vor, das in den privaten Bereich zu verlagern. Das ist ein guter Vorschlag. Mit Next kann ich mir dann auch gleich den Code anzeigen wieder, vorher, nachher. Wie sieht es aus, was will er wo ändern? Und ja, ein großartiges Feature. Da sehen wir, was sich verändern wird. Nämlich, dass diese Methode Split ganz am Ende eingefügt wird. Und am Anfang der Methodenaufruf dann entsprechend. Klicke ich auf Finish und bin fertig. Das heißt, da, wo vorher mein langer Code stand, steht jetzt nur noch der Methodenaufruf. Wenn ich den noch ein bisschen schöner formatieren will, da gibt es leider nicht so viele Möglichkeiten vom Style, dann muss ich das halt noch von Hand machen. Dann drücke ich nochmal Steuerung, Shift F1 für den Pretty Printer. Dann habe ich das schön eingerückt. Dann habe ich jetzt also die Schritte. Eins, wenn es nur eine Zeile ist, bin ich fertig. Zwei Splitten. Drei und vier. Dieser rekursive Aufruf, der war schon in der Extramethode. Und Nummer fünf, das ist jetzt das Merge. Das ist ein ganz langes Ding. Das passiert hier. Und auch das möchte ich auslagern in eine extra Methode. Wieder gleiches Vorgehen. Rechtsklick, Source Code, Extract Method. Save. Denn hier will ich noch ein zusätzliches Feature zeigen. Extract Method. Ich kann hier auch die Typen verändern. Der schlägt mir vor, dieses CT-Data, das Ergebnis quasi in einen Changing-Parameter reinzupacken. Ich kann aber auch sagen, nimm doch lieber einen Returning-Parameter. Das kann ich hier noch nachträglich verändern. Und der Code wird dann wirklich konsistent erzeugt damit. So, next. Next. Wieder die Vorschau. Schaue ich mir meistens gar nicht an, weil nach ein paar Mal weiß man, dass der das sehr sauber und gut macht. Und jetzt haben wir hier unser Merge. Und jetzt haben wir unseren Quellcode wirklich so, wie er auch in der Definition steht. Wie er hier, das habe ich bei Wikipedia geklaut, diese Definition von der Merge Sort. Jetzt haben wir hier wirklich diese 1, 2, 3, 4, 5 Schritte. Und jeder Schritt ist quasi mit einer eigenen Methode versehen. Außer dieser ersten Entscheidung, wenn die Länge kleine 1 ist. Und damit habe ich jetzt eine Methode, die vorher, ich glaube, so um die 100 Zeilen hatte, schön kompakt gekriegt. Jetzt kann ich wieder hergehen und sagen, lösch mir doch nochmal bitte meine unused variables. Die brauchen wir nämlich gar nicht mehr. Da braucht er jetzt nur noch die Tabelle links und rechts. Und jetzt sehe ich auch klar, dass ich diese Variable hier gar nicht brauche. Jetzt, wo aufgeräumt ist, sehe ich hier dieses Lines. Das kann ich hier direkt an der Stelle erledigen. Da brauche ich schon keine Variable mehr. Damit bin ich jetzt fertig mit 20 Zeilen ungefähr. So, das war das grobe Aufräumen hier. Alles unterstützt mit den ABAP Development Tools. Das funktioniert wirklich hervorragend. Das habe ich gerade gezeigt. Das sind auch nochmal die Folien zu dem, was ich gezeigt habe. Genau. Dann werde ich häufig bei Kunden dazu gezwungen, am Anfang von jeder Methode einen Kommentar einzufügen. Da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Ob das nützlich ist, sinnvoll ist oder eher den Blick aufs Wesentliche versperrt. Da will ich euch aber ein großartiges Feature zeigen, die sogenannten Code Templates. Code Templates sind letztendlich so Pattern, Codeblöcke oder Textblöcke, die ich einfügen kann, die ich aber auch selbst definieren kann. Und wenn wir hier mal reingucken, sehen wir, da sind ganz viele vordefiniert von der SAP. Aber was ich jetzt neu gebaut habe, was ich neu gebaut habe, ist dieses Code Template für die Kommentare. Weil mein Kunde möchte, möchte da eine gewisse Struktur haben. So, und wenn ich das jetzt suche, wo finde ich jetzt die Code Templates? Früher habe ich es schon verraten. Ich tippe hier oben einfach in die Suche was ein. Damit finde ich die Dinge am schnellsten. Und da kann ich hier ABAP Templates. Wichtig ist auch in Eclipse, dass man braucht einen großen Monitor, um damit gut zu arbeiten. Und jetzt sehen wir hier ein Code Template Comment. Das habe ich angelegt. Und auch wenn es nicht ganz sinnvoll ist, habe ich da einfach mal so ein paar Variablen reingepackt. Damit kann ich diese Dinge, das Paket, das Objekt, also die Klasse in dem Fall, das Entwicklungssystem, wo es entwickelt wurde, wer bearbeitet das gerade, wann wurde es angelegt. Das kann ich alles hier als Variablen mit reinpacken in diese Templates. Und dieses Template kann ich jetzt hier am Anfang von jeder Methode benutzen und sagen, hier, Comment. Hier kommt wieder Code Completion mit Steuerung Space. Dann schlägt er mir diese Templates vor. Hier sehen wir auch die Vorschau. Was wird er dann hier einfügen? Dann sage ich, jawohl, das ist das richtige Template dafür. Und so kann ich dann mal eben auch größere Klassen ruckzuck mit guten Kommentaren beglücken. Und mein Kunde ist da an der Stelle glücklich. Code Templates. Ja, dann sehen wir hier unten in der Outline, da hat sich einiges getan. Das sieht jetzt schon ein bisschen üppiger aus. Jetzt haben wir diese Methoden Split und Merge und die eigentliche Methode Sort. So, Code Templates. Die sind übrigens, die habe ich im ABAP, gab es die auch, im ABAP, in der SAP GUI gab es die auch für WebDynPro-Programmierung. Super praktisch, wenn man immer wieder die gleichen Dinge macht, immer wieder die gleichen Muster, dann definiert man sich das hier einmal sauber und damit kann man dann sehr effizient arbeiten. Dann Local History, haben wir vorhin auch schon gesehen. Eine lokale Versionshistorie, jedes Mal, wenn ich speichere, hier, diesen Code, jedes Mal, wenn ich den jetzt aktiviert habe und gespeichert habe, zieht der mir hier eine neue Version. In der Revision History, also in der ABAP-Code-Verwaltung, habe ich nur eine Version, immer wenn ich einen Transportauftrag freigebe. Das passiert im besten Falle täglich. Praxis häufig eher wöchentlich bis monatlich. Dann habe ich nur sehr grobe Versionen. Thomas hat es vorhin auch schon gezeigt. Hier kann ich wirklich mit meiner lokalen Historie vergleichen und ich kann euch sagen, meine Session ging hier los um 11 Uhr. Was hat sich seitdem getan? Da vergleiche ich mal mit der Version von 10.30 Uhr und ich kann jetzt hier sofort sehen, was sich getan hat. Hier das Interface, hier die ganzen Variablen, die rausgeflogen sind. Ich habe hier neue Kommentare mit rein. Ich habe hier die Methoden ausgelagert. Das sehe ich wirklich eins zu eins in dieser Versionsverwaltung und die hat mir wirklich schon den einen oder anderen Abend gerettet. Ihr kennt das. Freitags abends, Freitags nachmittags um vier denkt man, man macht noch mal eine große Änderung und merkt irgendwann, man hat sich verrannt. Lokale Versionshistorie, da kann ich nicht nur heute zurück wieder zu einer aktiven Version, die vorher funktioniert hat, sondern ich kann dann auch, wenn ich das gespeichert habe, am Montag mir die letzte Version von vorher aufrufen, wo ich dann schon weitergearbeitet habe. Diese Versionsverwaltung ist großartig und extrem hilfreich. Auch was Thomas schon gezeigt hat, das Vergleichen, nicht nur mit der lokalen Versionshistorie, sondern auch mit anderen Systemen, systemübergreifend, ohne vorher eine Systemverbindung zu den Systemen herzustellen, zwischen Cloud-System und On-Premise-System, ein Vergleich zwischen Produktivsystem und Entwicklungssystem oder wenn ich ein Altsystem habe bei einer Migration, das ist unglaublich wertvoll und das kriege ich hier alles über dieses Compare With. Das Grundproblem bei Eclipse ist, beziehungsweise den ABAP Development Tools, in der SAP GUI hatten wir dafür ungefähr 100 Transaktionen, die sind jetzt alle in einer Oberfläche und dann muss man wissen, A, das Feature gibt es und B, wie finde ich das denn? Und das ist echt, das ist echt zum Teil knifflig und das, ja, muss man eigentlich sich wirklich mal Zeit nehmen, sich da rein zu fräsen. Für Gelegenheits-User wirkt das Ganze eher sperrig. Dann, einer meiner Favoriten, der Blog-Editor. Vorhin, Sören hat es ja schon gesagt, ich bin überwiegend im BW- und im SQL-Script-Bereich unterwegs. Im SQL macht man sehr viele Sachen statisch und da gibt es solche, solche Select-Statements wie das hier immer mal wieder und da gibt es ein wichtiges, wichtiges Feature hier im Editor, der sogenannte Blog-Modus. Blog-Modus heißt, ich schreibe die Zeilen, ich habe einen Cursor, der nicht nur in einer Zeile ist, sondern der über mehrere Zeilen geht. Da wechsle ich mit Alt-Shift und A und dann kann ich hier quadratische Bereiche markieren und damit kann ich nicht nur quadratische Bereiche markieren, ich kann auch Code schreiben, der über mehrere Zeilen geht beziehungsweise Code löschen über mehrere Zeilen. das heißt, ich kann jetzt hier sagen, Select Stern from LT Intab, das komplette Beispiel kriege ich jetzt nicht hin in der Kürze der Zeit, aber solche Sachen kann ich machen mit dem Blog-Modus und dann hatte ich hier noch gesagt, den Amount 01 as Amount und dann kann ich auch zum Beispiel so eine Serie von Zahlen von 01 bis 12 hier rein kopieren, zack den gab es nicht das ist super praktisch und damit kann man sehr effizient arbeiten Blog-Modus gibt es in der SAP GUI auch da drückt man die hält man die Alt-Taste gedrückt dann hat man das gleiche Feature hier kann man mit Alt, Shift und A hin und her schalten zwischen diesen beiden Modis vorhin übrigens habe ich im Chat gesehen die Frage kann man Methoden farblich anders hinterlegen als Ganzes die Antwort ist ja aber nur wenn sie in einer anderen Programmiersprache sind es gibt hier nämlich das Feature zu sagen Embedded Languages die möchte ich mit einer anderen Hintergrundfarbe das findet man ganz einfach hier bei General Appearance Colors and Fonts und dann geht man in den ABAP-Bereich ich mache mal hier ein bisschen größer und dann kann man hier sagen Embedded Language wie wird der Hintergrund oh Method hier sehe ich sogar dass vielleicht die andere Anforderung möglich ist das will ich gleich ausprobieren sorry für die Farbe ja ich kann hier sogar Methoden farblich anders hinterlegen diese Konfigurationsmöglichkeiten hier sind wirklich dermaßen mannigfaltig man muss sich die Zeit nehmen sich da mal durchzuklicken und aus auszuprobieren aber die Farbe ist schlimm das geht gar nicht da nehme ich vielleicht das hier ok nächstes Feature in Eclipse ABAP-Doc das hat Thomas vorhin auch schon toll gezeigt finde ich finde ich super das ist für mich der Ersatz dieser Methoden Anfangskommentare weil diese Methoden Anfangskommentare sind sehr sperrig und außerdem grundsätzlich veraltet das hier erinnert an Java-Doc wer Java-Doc kennt hat mit ABAP-Doc überhaupt kein Problem damit kann ich die Dinge selbst kommentieren ich kann selbst einen Kommentar hier rein machen diese Kommentare gibt es auch als Quick Fix also auch wieder mit Steuerung 1 aufzurufen add ABAP-Doc und das Schöne an diesen Kommentaren ist dass ich die dann auch später sehe da wo ich es verwende split table in two tables dieser Kommentar im ABAP-Doc den kann ich jetzt da wo ich den Split verwende mit F2 mit dieser Element-Info da sehe ich die dann auch super praktisch das heißt ich dokumentiere nicht da wo der Quelltext steht wo eh schon steht was passiert sondern ich kommentiere so dass diejenigen die es benutzen es auch sehen können ist viel sinnvoller so oh Gott die Zeit rennt davon Code Completion haben wir schon öfters gesagt wenn ich mit Steuerung Space das anfordere bekomme ich die Optionen hier auf der einen Seite was kann ich machen und noch viel wichtiger ist ich sehe dann auch hier gleich die Details was wird da passieren was fügt denn da ein auch mit mit ABAP-Doc Kommentaren das heißt wer das konsequent macht der hat wirklich ein leichtes Leben mit dem ABAP-Doc das andere wird häufig mit Code Completion verwechselt oder ist so ein bisschen eine Überlappung das ist das Suggest während ich tippe schlägt der schon was vor und hier gibt es wieder versteckt in den Einstellungen die Möglichkeit zu sagen also suggest non-keywords damit schlägt der mir dann auch wirklich meine Bezeichner aus dem Quelltext vor wenn ich Variablen benutzt habe Methodennamen und so weiter schlägt der dann einfach vor ohne dass ich es aktiv anfordere mit Steuerung Space kann ich die anfordern das funktioniert schon als Code Completion aber so schlägt er den vor wenn ich dann Tab drücke wird er eingefügt super praktisch so eine Minute noch das wird knapp Quick Fix das habe ich gezeigt automatischer Syntax-Check ein absolutes super Feature außer man hat sehr viele Tabs offen und die Netzwerkverbindung ist schlecht dann kann es sein dass das ganze System unglaublich träge wird wenn es bei euch mal passiert dass Eclipse sehr träge wird dann gibt es da eine gute Möglichkeit diese automatischen Syntax-Check auszuschalten weil natürlich das sehr viel Background Arbeit produziert wenn ständig jeder Tab-Reiter eine Syntax-Prüfung durchführt die Hintergrundfarbe umzuschalten habe ich schon gezeigt ein noch ein wichtiges Feature suchen ganz häufig wird hier mit wird hier mit es gibt zwei suchen die echte Suche das ist diese hier ist das jetzt Steuerung F oder Steuerung H weiß ich Steuerung F mit dieser echten Suche und Suchen und Replace da kann ich auch mit regulären Ausdrücken suchen und ersetzen das ist auch gerade für AMDP Entwicklung super hilfreich wenn ich zum Beispiel eine Feldliste ersetzen will dann kann ich mir hier aus so einer Felddefinition wie Strukturdefinition wie hier unten eine Feldliste bauen sehr praktisch reguläre Ausdrücke kann man hier nutzen das kriege ich nur zeitlich nicht mehr hin dann das hier hat Thomas auch schon gezeigt diese Ebene auf welcher Ebene bin ich gerade das ist bei komplexem Code bei tief verschachteltem Code extrem hilfreich da den Kontext zu sehen wo man gerade ist und ganz ganz zum Schluss noch zwei wichtige Features und zwar wenn ich zum Beispiel hier irgendwo in einer Klasse bin und will wissen wo ist die denn auf der linken Seite in der Navigation da kann ich die beiden Editoren verlinken und dann wird der mir dahin navigieren auf der linken Seite wo ich gerade rechts bin das ist häufig praktisch manchmal ist es aber auch nicht praktisch dann kann ich das Ganze auch gezielt ausschalten und zu guter Letzt Reset ganz häufig komme ich zu Kollegen oder in Schulung sagt einer hey bei mir sieht es aber ganz anders aus wie beim Kollegen nebendran dann sage ich okay jetzt alle mal rechtsklick Reset die Perspektiven zurücksetzen weil in Eclipse kann man sich die Perspektiven hin und her ziehen wie man will die einzelnen Views und Fenster und mit Reset kriege ich das wieder auf einen Auslieferungszustand das ist immer dann angesagt wenn sich der Benutzer nicht mehr auskennt was er hier gerade macht vielen Dank für eure Aufmerksamkeit ich hoffe ich konnte noch ein paar neue Sachen Aspekte mit reinbringen in Ergänzung zum Thomas und ja macht's gut und schönen Tag noch super vielen vielen Dank Jörg klasse ich glaube du hast gerade auch im YouTube Chat verfolgt sehr stark das ganze Thema Clean Code und Best Practices getriggert also das war eine richtige Diskussion am Ende des Tages how to do it right das ist schön ich will nicht sagen dass das alles richtig war bei mir das war ein Beispiel was mir aus der auf der einen Seite aus der Ausbildungspraxis kommt eben und auf der anderen Seite natürlich mit diesem LTLV und sowas und den Kommentaren natürlich auch vielleicht nicht Best Practices aber so wird es halt in Kundenprojekten ganz häufig gefordert genau das Thema Kommentare und Umgangsituation wir kochen die Gemüter hoch ich weiß ich weiß und ich sage nur einigt euch im Projekt macht es alle gleich und kämpft nicht gegeneinander das ist das ist das ist das ist Waste im Sinne von von Kanban darum zu kämpfen weil es ist am Ende echt nicht wert so